hallo dieses publikum willkommen zurück bei dave halo 3 mit dem captain of the countries corner mit dem failort na das ist tricky leute und wir sind hier ja sind wir wir haben eigentlich da vorne aufgehört aber während wir pause gemacht haben wurden wir einfach alle erschossen und unsere kollegen offenbar sind jetzt alle tot und wir müssen das ohne sie machen also da war auf jeden fall gerade eine leiche wo hast denn die sniper her die wurde mir so in die wiege gelegt du wurdest beim wiegen hingelegt ja auch stelle ich habe auch keine warum hatten wir deine halo kluft an sie voll aus wie du damit bleibt doch so etwas antworten verwirrt geht auch das gibt es doch wohl nicht was hast du getan sie kam von der seite ja damit rechnet niemand was wobei das sie von der seite kommt das habe ich auch erst gesehen als du gestorben bist oh danke der der hinweis von 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 dem npc hat uns gefehlt passen sie auf die kommen von der seite die kommen halt echt von der seite vorsicht von der seite rechts oh gott da ist habe ich dir gerade voll mein hintern ins gesicht gespawnt möglich geil was wird geil meine ich sehr vertiel damit du es auch verstehen danke der gebietsvertreter da fühlt sich aber einer lustig warum hast du die granate geworfen da war ein typ alter unser außerirdischer wurde erledigt als ja irgendwas mit dem arsch lecker hier wird die servieren oder kommt wer kommt der mann mit der bumse der der mann mit der bumse war da guter schoss so kann ich jetzt irgendwie mal entspannt meine waffen wieder aufsammeln doch da sind gerade viele gewesen weil ich weil ich immer wieder unten gestorben bin hier ist er ich krieg mir den fuß was ist denn hier los das krieg das geht so das funktioniert so was ist das fantastischer schuss willst du noch tiefer reinkriechen oder was machst du da hey sag mal kriegst du ich weiß nichts besseres wäre da reingefallen das instrumentale geht an dem punkt einfach weiter sag mal kriegst du das ist dann der ganze so ich kann damit leben ja ich glaube ich habe jetzt zwei sniper pp wow 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 laden erledigt was hast du gesehen da ist so ein schießding eine waffe ja oh oh das meiste mit schießding käse kapiert weil schießt ja ich musste trinken deswegen konnte ich nicht lachen haha ah oh du konntest nicht lachen weil das nicht unbedingt lustig war ich habe meine beiden sniper verloren ich bin tot übrigens direkt neben mir das bin ich eben bae Typ der macht so ey. Ja ey. Ey jauch hier ey. Günter jauch. Was? Ey jauch hier. Ja ich habe jauch und nicht auch gesagt. Also ey. Jauch hier. Du hast mir gerade zugestimmt. Ach sterb doch alle da hinten. Ich habe doch gar keine Beine. Was? Oh. Ey du hast keine Beine. Stimm doch. Oh. Das hast du gerade gesagt. Ich weiß. Ich nehme es zurück. Oh Mann. Oh. Ich bin schon wieder gestorben. Das ist voll. Die Rache folgt auf dem Fuße. Ich bin wieder aufstehen. Ich habe es nicht geschafft. Schade. Ja die Fuße die ein Mann ohne Beine nicht mehr hat. Du musstest auch immer weiter rein reiten. Entschuldigung. Ich bin wohl zu weit gegangen. Oh. Jetzt schalt mal einen Gang runter. Ja. Keine Ahnung. Irgendwas mit Marathon. Oh Mann. Die treffen einen obwohl die einen nicht treffen. Ja. Das ist legendär. So geht das. Ich meine die benutzen immer den Blutschot. Nicht den Gutschot. Du bist schon wieder tot. Äh. Ja. Hätte ich was sagen sollen. Wäre cool gewesen. Ja. Okay. Jetzt mal sage ich was. Schön dass wir das alle zwei Folgen neu klären. Ja. Ja. Der ist einfach umgefallen. Ich habe den nicht mal getroffen. Der hat sich einfach hingelegt von alleine. Ah. So ein lustiger Vogel. Das war jetzt deinerseits ein Goodshot. Oh. Danke. Ja. Ich kann auch Komplimente machen und nett sein. Wenn du mir das immer wieder absprichst. Tue ich das? Nö. So was hast du glaube ich noch nie gesagt. Aber. Gott sei Dank. Ach du wolltest es gerade sagen. Siehste. Ich weiß nicht gerade. Ich weiß nicht gerade gesagt hast. Ich wollte es gerade sagen. Egal. Egal. Ich könnte es dir jetzt erklären. Aber. Aber ne. Das würde zu weit gehen. Im Gegensatz zu den Typen ohne Beine. Den du die ganze Zeit beleidigst. Halt auf. Oh man. Kontrollpunkt erledigt. Sehr schön. Dass der auch in dem Moment losrennt. Ja ne. So richtig. Entschuldige. Richtige Gemeinheit. Auch keine Muni mehr. Ist nicht gut. Hilfe. Ich brauche ähm. 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 Munition. Ja. Hilfe. Irgendwas. Oh hier ist eine Waffe. Das reicht mir. Oh die haben wieder so zwei Max rausgeholt. Oh irgendwas. Mein Nacken. Hat gerade so extrem gejuckt. Wahrscheinlich meine Haare. Also die mich gekratzt haben. Und ich bin halb im Schnee versuchten. Ähm. In dem Sand versuchten. Kann doch nicht einfach den Sand in den Kopf stecken. Der zweite ist jetzt ein Kinderspiel. Ja richtig. Er ist verstecken. Der ist Topf schlagen. Offensichtlich. Also du musst eigentlich nur ein Buchstaben umändern. Und dann ist es schon produktiv. Nämlich Kopf schlagen. Oh. Also er sollte dir nicht auf den Kopf schlagen. Ich dachte mir das Topf schlafen. Ja das geht auch. Ich habe ihn geteabackt. Nice. Ja ne. Wo ist meine Waffe wieder hin? Wo ist denn jetzt hier der? Okay. Wenn man sich so vor ihn stellt. Sieht das sehr prekär aus. Ne das sieht aus wie würde ich ihn küssen. Mua. Mua. A küsschen hier. A küsschen da. Was siehst du? Was siehst du? Ja für dich funktioniert es sogar besser. Weil du genau auf Kopfhöhe bist. Ich bin glaube ich ein bisschen größer als du. Oh Gott. Ah. Egal. Oh von wo? Von oben. Ja. Aber da von hinten. Ja. Was ist denn mit meiner Granate passiert? Was sollte das? Jawoll. Da habe ich den großen weg gemacht. Wundervoll. Es sind nur die kleinen, die hier rumrennen und nicht wissen was er machen soll. Bamm. In die Fresse. Jawoll. Und dann Bamm. In die Fresse. Und Triple Kill. Oh er lebt. Weißt du was ich denn gemacht habe nachdem er gelebt hat aber sein Helm weg war? Kopf schlagen. Hahaha. Der hatte ja gar keine Chance. Ne. Wer ist haarig? Haben sie mich gerade haarig genannt? Suchen sie bitte eine Stelle an der ich landen kann. Machen sie mir einen Parkplatz frei. Ja also wirklich. Platz da. Hier kommt ihre Majestät. Platz für die Hauptstory. Ich glaube das ist. Ne 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 das machen wir nicht. Okay. Was war da? Ist das nicht wieder dieser komische Shop oder wo man da hinkommt? Das Terminal zuzugreifen. Ich habe keine Ahnung. Da kommt irgend so eine 30 minütige Zwischensequenz. Ja das Problem ist ich müsste dann zu meinem Rechner rüber um es dann mit der Maus wegzukriegen. Ja das machen wir gar nicht. Das ist ja fürchterlich. 30 Sekunden meinte ich aber trotzdem. Ich wusste schon was du tust. Machst. Sagst. Okay. Was hey? Hey. Meine. Ich glaube ich habe ihn gekillt. Okay. Ich wollte doch nur die Waffe. Achso. Das meinst du. Ja das wird einer. Denn ich habe ja schon einen Goodshot. 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 Nachladen. Goodshot. Denn mit Goodshot geht es dir gut. Und der ist voll in meinen Ellenbogen reingelaufen. Hätte er mal einen Bogen drum gemacht. Yeah. Kriegsverbrechen. Yeah. Geil. Da liegen lauter Einzelteile. Sein Scheißgesicht merke ich mir. Das warst du ne. Ja. Das ist das Kriegsverbrechen was du getan hast. Aua. Ich wurde auch gerade Kriegsverbrechen. Ich wurde Kriegsverbrochen. So. Aua. Warum ist es eigentlich ein Verbrechen? Man bricht etwas aber falsch. Achso. Verbrechen. Man hat quasi das Gesetz gebrochen. Ja. Man hat etwas verbrochen. Weil das Gesetz gebrochen wurde. Also irgendwas hat man kaputt gemacht. Ja das Gesetz. Den. Ne. Also das was ich gerade gesagt habe. Aufrechterhaltung des Gesetzes hat man kaputt gemacht. Irgendwie so. Pumper schießen. Pumper schießen? Pumper schießen. Das ist Pumpernickel aber für Erwachsene. Ja genau. Daran dachte ich auch gerade. Weil so viele Kinder lieben Pumpernickel. Ich fand ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Mia hat es dann durchaus doch etwas Spaß bereitet. Ja. Spaß bereitet etwas zu essen. Na so ein Pumpernickel ist aber auch schon eine Erfahrung. Ich fand das Wort immer so lustig. Das ist auch ein gutes Wort für Arnold Schwarzenegger. Pumpernickel. Ich habe jetzt ein Video zu Tommy Wiseau gesehen. Oder beziehungsweise zu einem Desaster Artist generell. Ja. Zu dem Film und so. Und Tommy Wiseau soll ja ein ziemlicher Arsch sein. Nein. Und das soll wohl in dem Buch halt alles mehr nachzulesen sein. Der Film soll wohl nicht ganz so Buchaktorat gewesen sein. Da soll Tommy wohl wesentlich besser bei rumkommen als im Buch beschrieben. Ah. Okay. Das will schon was heißen. Wow. Der hat gerade zwei von unseren Kollegen gleichzeitig gekillt. Also nicht Tommy jetzt aber. Vielleicht sollten wir den rekrutieren, wenn der so gut ist. Der soll vor uns kämpfen. Ey, machst du bei uns mit? Der soll vor uns kämpfen? Der soll vor uns kämpfen. Okay, das lassen wir gerade so. Der soll vor uns kämpfen. Das bin ich. Oh. Wer ist sie? Und warum hat sie ihr eigenes Lied? Jawohl. Meine Granate hat es gebracht. Explodiert es einfach nur dreimal. Pa, 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 pa. Ja, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ist das nicht kleines Püppchen? Piccolo. Ja. Piccolo. Piccolo. Pinocchio. Kleines Püppchen. Grünes Püppchen. Du kommst von nah, mit kleiner Mann. Ah ja, dann fahr mich doch. Schreibt sich ja alleine. Und du fährst quasi von alleine. Ihr fahrt Downtown. Da ist ein Panzer. Ich hoffe, dass die KI irgendwann fährt. Mal gucken, ob sie es hinkriegt. Die Musik ist auf jeden Fall da. Da-da-da-da-da. Siehst du, das habe ich irgendwie, mache ich das auch nicht mehr wirklich so. Jedes Mal, wenn wir irgendwie losstapfen, um irgendwas zu machen. Da-da-da-da. So haben wir einen Runny-Gag im ersten Teil. Das fanden auch alle lustig. Ja, ich kann mich noch an die Uhr das empfehlen. An die ganzen Kommentare. Au, war ich nicht aufgepasst. Und ich bin auch. Bist du Downtown? Ja. Oh, das ist ein Kollege. Ja, ich weiß, er mich auch davon gefallen. ja gib mir das geschützt alles klar jetzt geht's auf und ab magst du magst du vielleicht den prauler fahren ja wenn der rolle anhält ich war in meinem prauler mit meiner freundin paula aber ich bin tot wir fahren an den wahnsee ich weiß nicht was ich auf ansehe und treffen ein schimpanse denke ich wenn ich dich ansehe meine paula meine paula warum ist der mit seinem scheiß warthog in die parade gefahren nein einer unserer kollegen ist mit dem warthog mir in die hier ist der warthog noch vor die vor die vor die vor die schusslinie gefahren ich hasse dein gesicht ja ja hier ist noch ein gegner mit dem ghost nee das ist ein kollege mit dem großen gegner mit groß könnte ich aber auch nicht entscheiden sind sie freuen sind sie feind sind die spinne sind sie feind fragt das sind spinne sind irgendwo hier muss doch aber noch irgendwas liegen dass wir mal gehört haben könnte so groß getötet wohl nicht da dann nämlich jetzt das okay dann gruseln wir ob es der feind ja hier oben auf dem stein stand auch einer den konnte ich aber nicht an wie sie weiß zu nah dran war genau der genau der ja 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 cry gente fast gekriegt ich bin der neben wagen okay ich habe einen gekriegt ich finde den wagen jetzt kommt nicht kann ich bin der in dem wagen Stummgewehr aufgeschalten Dein Taschenrechner zeigt In Zahlen geschrieben Möpse So, wo wollte ich jetzt hin? Zum Ziel Ich bin hier Nee, ich bin einfach weg Kann ja sein Einfach Du bist zu nichts verpflichtet, okay Du bist eigentlich, weiß ich nicht Du bist halt Unser Außerirdischer So nennen wir dich ganz drollig Auch unser Außerirdischer hat wieder eine Granate fallen lassen Naja Ich bin der Magen, bitte Was soll das? Ich mache weiße Gardinen, gelb und schmutzig Nein Arbiter war doch aber richtig, ne? Für meinen Charakter Ja Okay Oder auch der Gebieter Nee, ich weiß es hat hauptsächlich aus dem Halo Wars Beef von Budi und Simon Und dann kam Budi mit seiner Scarab an und Simon hat aufgegeben Ich spring da nicht runter, Mann Arbi, nein Nein, Arbi Okay, warte, ich zieh dich hoch Komm her, komm Du mit deinem beschissenen Pupsmobil Oh, du kommst ja von alleine hoch Ich komm von alleine hoch Müssen wir nicht da runter? Ja, natürlich Warum machst du sowas denn? Ich mache nur ein bisschen Roleplaying Für die, für die Immersion Sag, da ist doch Roleplaying Okay Wenn ich das sage, hallo, wir machen jetzt Roleplaying Dann ist das doch nicht mehr Roleplaying Dann ist das doch nur noch Schauspiel Was ist der Unterschied zwischen Roleplay und Schauspiel? Äh, die Bezahlung Du wirst bezahlt? Das war ne Frage Achso Und du war einfach Ne Keine Sorge, ich auch nicht Oh Trotzdem machen wir den Scheiß schon seit 10 Jahren Jetzt gehen dir plötzlich einfach im Studio die ganzen Lichter aus Studio? Wo steht die Illusion fürs Roleplay? Oh shit, du stürmst Du stürmst Ne, das stimmt Na, ich hab ja ein quasi professionelles Studio-Licht hier So, 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 eins mit Naja, Anführungszeichen professionell Halt eins mit so einem riesigen Ne Mit so einer Whitebox Achso Ich dachte gerade, du bist tot Und du siehst nur noch den Wagen, der dich gekillt hat Irgendwie die ganze Zeit rumfahren Nein, nein Sehr gut gemacht Hellen sterben nicht Hellen sterben? Doch eigentlich schon hellen sterben ständig Das machen sie zu hellen Ja Die meisten Helden sind erst im Nachhinein Helden Aua, aua, aua Raken, wer war? Wo bist, was, wer bist, wo, wo? Mein Sonnenlicht Ach ja, weißt du noch Die Geschichte mit der Norwegerin, die du nie zu Ende erzählt hast? Nein Da ging es auch um Grubteck an Ach ja Ich sterbe jetzt Hab ich gemerkt Ach, als bin ich hier wieder bei den Typen der Ewigkeiten, dein schweres Gewehr durch die Gegend schleppt Ich hab noch 129 Schuss, was soll ich machen? Ja, die sollte man nicht verschwenden Heben Warum, warum ich da gerade eine Oktave hochgegangen bin, aber das ist ja egal Einfach, weil du es kannst Ja Das ist ein gutes Recht Ich bin ein erwachsener Mann und ich kann trotzdem so hoch reden Können nicht viele von sich sagen Ich glaub nicht, dass das was Positives ist Ach, halt die Schnauze Das war auch Roleplay Ja, ich hab mit mir selbst geroleplayt Ja Kann man machen Mach ich heute Abend auch wieder, wenn ihr versteht, was ich meine Er spielt Baldur's Gate Ich hab noch nie beides gegnt Ich dachte, die haben ja alle umgelegt Nee, eben nicht Die haben sich doch gerade eben alle gekillt Ja, aber hier kamen ja noch die Roboterleute, Freunde von uns Wir haben Roboterfreunde? Ja, wir haben ab sofort Roboterfreunde Na ja, nun, was soll's Habt ihr euch gegenseitig gekillt? Das machst du jetzt, komm, hier ist Django Na, ich lauf immer noch Ich weiß, aber du bist gleich da Das hat sich gelohnt, hab ihn nicht gekillt Das Fadenkreuz ist so riesig Siehste, hab ich doch hingekriegt Sehr gut Ich hab drauf geschossen und alles ist einfach explodiert Ach, jetzt kommt ihr Toll Stimmt, wir haben ja nur einen Nee, doch, einen von diesen Propheten gekillt, ne? Ja Okay Jetzt kennen wir den nächsten Ja Oder vielleicht beide in diesem Spiel Oder vielleicht auch gar keinen Die Tür ist zu Mach das Tor auf! Ich war, lange Eintritt 2 Mark 70 Open sesame Get to the choppa Ja, genau Get to the choppa Get to the choppa steig in den chopper und fahr schnell los dann geht es weiter die freude groß eines tages kriegen wir sind was genau weiß ich nicht den perfekten im frau song einfach drei minuten lang durch zu ballern ich hab doch den song weiter gemacht ja dann geht es weiter die freude groß und wir fahren weiter hand in schoß das ist der ultimative kriegsvorstoß ach so du warst tot ach so entschuldige habe ich nicht war abgelenkt ja das hast du nicht kommuniziert aber ich fand schon komisch dass es irgendwie keine kriegsgeräusche mehr gab ja ist auch mal angenehm oder wenn der krieg vorbei ist trotzdem kriegsvorstoß das ist mir auch aufgefallen als ich drauf stand ich will dir was zeigen da wo sich meine leute video rumtreiben wenn Gangsterville okay Gangsterville Oh Gott, ich werde sterben und du bist schon tot. Ich bin tot. Ja, da war's. Aber er... Wow. Er stellt sich einfach gegen die. Ich fand's halt gerade krass, brutal heftig, wie er das gemacht hat. Jesus. Die haben Vakuumbomben. Ach so, Teleschoppel. Die haben meinen Mann getötet. Die haben mich getötet. Die haben auch dich getötet. Die haben Vakuumbomben aus dem Teleschopping. Nee, hier, ich bin hier. Die letzte Generation hat sich noch mit Atombomben abgeworfen. Aber das ist nichts für uns. Hier jetzt die neuen Vakuumbomben. Nur hier im Teleschopping. Wenn sie jetzt anrufen und sofort bestellen, bekommen sie diese kleine Granate dazu. Was ist denn das? Droideka! Ach, du konntest doch nicht ausweichen, wenn ich schieße. Sei doch ein Mann. Nimm die Kugel mit der Faust. Nimm die Kugel direkt mit dem Kopf. Alter, Abraham Lincoln. Das war noch ein Mann. Ja! Der hat sogar immer hingeguckt. So abgefuckt war der. Steck ein. Too soon? Steck ein! Dankeschön. Das ist Stefan! Hier kommen John und Stefan! Ja! Ist das wie Wein-Stefan? Bloß mit John? Bloß mit vergorener Milch. Stirb! Also ich hätte ja lieber anstatt Wein-Stefan-Insekt-Stefan. So, das haben wir geschafft. Was ist denn das eigentlich gerade für eine König der Löwenmusik? Ja, wir sind jetzt hier quasi auf der Grund. In der Gnuherde. Ja. Kann man auch quasi. Ich glaube, das war die Inspiration. Vorsicht! Ska, wo ist der? Er ist da unten. Warum schießt der denn nicht? Schieß doch! Sieht der den nicht? Kann der den nicht sehen? Aua! Shit! Vorsicht, zwei Panzer und links ist auch noch ganz viele Gegner. Überlebe, ich bin tot. Ich fahre wieder. Okay, einen hast du geschafft. Macht's gut! Dann der Höhle. Ja, Vorsicht! Jetzt am besten so Tony Hawk. Und dann so unten, so, keine Ahnung, super Triple König der Löwen-Flip geschafft. König der Löwen-Flip? Weißt du schon? Die Mufasa hat damals, oh. Der hat doch kein Salto runtergemacht. Ska, guck, wie cool ich bin! Aua! Na gut, aber wie cool wir sind. Beinspringe, Mufasa! Wie cool wir sind, seht ihr in der nächsten Folge von Halo 3, König der Löwen-Cut. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss, bis dann. Und immer schön twiggy bleiben.